Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kreativkanal, meine Stempel und ich. Kennst du auch zu den Leuten, die uns am Stampin' Up Katalog anschauen und sich dann denken, ui, da möchte ich aber mit alles ein bisschen basteln? Ja, dann bleib dran, weil da habe ich heute genau das richtige Paket für dich. Ich habe den Katalog für das Stampin' Up aufgeschlagen, also den neuen Mini-Katalog und mit jeder Seite ist mir vorgekommen, ja, mit dem möchte ich auch basteln und mit dem möchte ich auch basteln und das brauche ich auch und das brauche ich auch. Und wenn dir das jetzt auch so geht, dann ist vielleicht mein Weihnachtspaket etwas für dich. Ich habe da ganz tolle Produkte zusammengestellt, die ich dir jetzt zeigen möchte. Ich habe in meinem Paket neue Platten Designerpapier zusammengestellt. Du kriegst da alle ganze Bögen und du kriegst von jeder Packung immer drei Platten. Man kann sich da die Muster jetzt zwar nicht aussuchen, aber ich schaue, dass das alle gut aufeinander angestimmt ist. Und ich finde mir auch da einfach viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man mit ganzen Bögen arbeiten kann. Zu dem Designerpapier gibt es natürlich auch passenden Forkkarton. Ich habe mich für die Form Minz-Macrone, Abendsblau, Gartengrün, Espresso, Anthrazit und Schiefergrau entschieden. So hat man zu jedem Designerpapier zwei passende Formen an Forkkarton. Dann gibt es in meinem Paket auch noch Spezialpapiere. Du kriegst einmal einen Halmbogen Samtspapier und du kriegst drei kleine Bögen Metallicpapier in 6x6 Zoll. Für die Weihnachtszeit darf man natürlich auch Geschenkschachteln mitfeiern. Da gibt es auch zwei dazu in meinem Paket. Und natürlich brauchen wir auch die passenden Accessoires, wie die dullen Schneeflocken. Als Accessoire habe ich mir auch noch überlegte Stichpalmenblätter in Guld. Die sind total super zum Verschönen von den Kartenprojekten. Und vielleicht ist die ein oder andere Schüttelkarte dabei. Da brauchen wir natürlich auch noch Fajetten. Die Bänder in meinem Paket sind natürlich auf die verschiedenen Designerpapiere angestimmt. Und da kriegst du von jedem Band zwei Meter. Einmal haben wir so ein glänzendes Organdi-Band. Einmal haben wir eine Band in Krüschblüte mit einem Fransenerrand. Und ein ganz klassisches in Chili und Gold. Ja, wenn du jetzt sagst, das ist genau die Lösung, nach der ich gesucht habe, dann freue ich mich, wenn du das Paket bei mir bestellen möchtest. Du kannst das Paket für 39,50 Euro bei mir auch werden. Die Versandkosten bedrohen 4,90 Euro. Und liefern du in Österreich und Deutschland. Für Selbstabholer fallen die Versandkosten natürlich weg. Alle genauen Infos zum Paket habe ich dir noch in der Videobeschreibung verlinkt. Und Achtung, der Bestellschluss für dieses Paket ist der 10. Oktober. Ich hoffe, das Vorstellungsvideo hat dir gefallen. Hab eine gute Zeit, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba. Tschüss und Baba.